Hallihallöchen und hallo und herzlich willkommen zurück zu... Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Fentonels führen ihre Suche aus der Luft vor. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt! Bei V-Order 1886. Wir sind in der U-Bahn, zumindest sieht es so aus. Wo auch immer wir jetzt sind, hier im Untergrund von London. Und sie sollen immer noch entflohene Finden, fangen und töten wahrscheinlich. Railway, ja. Gab's das? Gab's da mal schon eine U-Bahn? Ist ja dann sehr fraucht gewesen sein, ne? Ich glaub damals war noch Dampf, die... Das Mittel der Kraft eines Motors. Guck mal hier mit Strom. Oh, das ist schon Strom. Okay, hallo. Ist jemand zu Hause? Sieht aus hier, die Atmosphäre. Die ist wirklich ein bisschen schneidend wie ein Brett, muss man ja sagen. Gefällt mir bis jetzt sehr gut, auch wenn es natürlich sehr linear ist. Blut. Hier drin. Ich glaube, der kann nicht mehr lange auf sich warten lassen, so wie blutdicht der Boden der Helden war. Also irgendwas ist hier wohl faul. Um auf den Vorsprung zu klettern. Welcher Vorsprung? Der hier? Okay. Also ein wenig klettern. Klettern wie Kratos. Und? Sprengen. Wow. Alle Mann. Keiner der Flüchtigen ist ein Halbbetter. Oder auch mir. Bist du hässlich. Wow. Geh weg, du Fing. Du dreckst Qui. Weg mit dir, du Misti. Gott, sie verwandeln sich zurück. Bestehliches Ziel bei mir. Das war's zwei. Wow. Oh, von beiden Seiten, du Drecksvieh. Okay, 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 okay. Stimmt, du Drecksvieh. Oho. Das ist doch irgendwie einer. Und auch du. Was ist passiert? Verstanden. Na gut, hinterher. Mit der Bodenkanone. Bodenkanone. Na gut. Hinterher. Aber nix wie Dali hier. Verdammtes Vieh, bleib stehen. Wo ist er hin? Komm, 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 komm. Lauf. Verdammtes Vieh. Komm, komm, komm. Alle mal beiseite. Derritte ist da. Ah! Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Haltgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so Ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte. Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun, zuerst die Rebellion. Und dann dieser Jack. Und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach. Wissen Sie? Wir treffen uns in zwei Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General. Was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Mais notre devoir est de l'Epo suivre, Monsieur. Marquez. Nous ne chassons pas des Enlais sur le nouveau continent. Votre temerité sera riqui à un moment important. Oui, mon General. Sir Percival. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen Ihre Autorität nicht den Bürokraten. Recival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Arthus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lord Kanzler an Arthus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange Ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lord Kanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu? Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Arthus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht infrage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat Recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Douglas. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja? Oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. Puh. Ja, und ich glaube wir sind Percival gefolgt und sind vielleicht deswegen gefangen genommen worden. Was sagst du? Guck mal, ist das die legendäre Tafelrunde von Arthus? Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja, Lord Kanzler. Und hier saß er wohl damals. Der König Arthus. Derjenige, der angeblich England geformt hat und zu einer Nation gemacht hat. Der erste König Englands. Ob was dran ist oder nicht. Niemand weiß es so richtig. Guck mal, wir haben auch auf der rechten Seite die... Da liegt wahrscheinlich auch, ne? Auf der rechten Seite die englische Fahne. Schön. Aber Vater. Was wenn Percival recht hat? Die Regierungen in der Stecken bleibt uns keine Zeit hier rumzusitzen. Der Rat hat sein Urteil gesprochen. Es gibt nichts mehr zu besprechen, Isabel. Wir sollten wenigstens Informationen sammeln. Die Regierung wird sich darum kümmern. Vater. Der Orden darf nicht untätig bleiben und die Halbblüter dulden. Du kannst nicht leugnen, dass etwas Wahrheit in dem steckt, was Percival gesagt hat. Bedenken Sie, wo Ihr Platz ist, Lady Igraine. Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja. Lord Kanzler. Hm. Igraine ist also die Tochter von dem Lord Kanzler. Hm. Interessantes Detail. Na gut, dann versuchen wir mal hinter Percival herzukommen. Oder auch nicht. Denn diese Folge ist wieder so gut wie am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei V.O. oder 18... 86. So. 1886. Und dann schauen wir mal, was in Whitechapel so vor sich geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht lange dauern wird. Und wir besuchen Whitechapel mal so ein bisschen. Und gehen diesen Likanern auf den Grund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schau. Bien.